Ja, hallo, danke fürs Einschalten. Heute mal ein bisschen organisatorisches Video, soll alle Werkstätten, Tuningbetriebe ansprechen, die vielleicht ihr Unternehmen ein bisschen noch unterstützen wollen oder irgendein neues Geschäftsfeld aufbauen möchten. Wir haben da für die DTuber App also eine Händlerbroschüre mal ausgearbeitet und ja, die werden wir uns jetzt einfach mal anschauen, einmal die ganzen Vorteile besprechen. Was das für Möglichkeiten für euch auftut und ja, wie ihr da mit uns durchstarten könnt. Gut, ja, was sind eigentlich so die größten Vorteile der App? Ich versuche das jetzt einfach da anhand von der Broschüre da durchzugehen, dann ist das ja oft ein bisschen ein Leitfaden für euch, damit ihr wisst, um was das geht und was an den Punkten da genau gemeint ist. Ja, mit der DTuber App, schnelle Diagnose und das Ganze per App. Was heißt das? Für euch heißt das einfach, ihr könnt es nicht nur Fahrzeuge tunen, sondern ihr habt auch eine vollwertige Diagnose, könnt Fehlerspeicher auslesen und löschen. Sollt ihr das Fahrzeug irgendein Problem haben, im Vorhinein könnt ihr das schon prüfen. Ist immer auch zum Empfehlen, wenn man so ein Fahrzeug tunet, dass man so einen Check-up macht, was ist überhaupt los? Was bringt der Kunde mir da überhaupt für ein Auto? Ist da alles in Ordnung? Und ja, ganz, ganz wichtig, schaut so, wie die Serviceintervalle sind. Bei den F-Modellen geht es ja ganz, ganz einfach, kann man einfach in den Bordcomputer einsteigen. Checkt mal kurz durch, wie ist denn da die History von dem Fahrzeug? Wie hat der seine Service regelmäßig gemacht oder schon ewig weit überzogen? Das ist natürlich alles immer im Interesse von allen, weil ein Auto das schlecht gewartet ist, braucht man erst gar nicht tunern, gell? Ja, ein guter Geschäftsmann verkauft halt dann gleich einen Ölwechsel dazu und dann sind alle happy. Ja, nächster Punkt, AGR-Probleme lösen. Das ist auch so ein Thema bei der BMW-Kundschaft. Das ewige Thema AGR-Kühlertausch, AGR-Undichtigkeiten, irgendwelche Probleme mit dem AGR-Ventil, das kann man mit der App ganz, ganz schnell und einfach lösen und dann hat man wirklich Ruhe. Ja, was ist noch ein Vorteil? Du hast schnelles Updaten von Motorsteuergeräten noch inkludiert. Das heißt, wenn das Fahrzeug nicht auf dem aktuellsten BMW-Stand ist, dann kann man das mit der App einmal hochziehen und hat dann schon mal den Vorteil, wenn etwaige Fehler oder irgendwas an dem Fahrzeug nicht stimmt, vielleicht Fremdsoftware drauf ist, kann man erst einmal Serie flashen, mit dem Kunden eine Probefahrt machen, schauen, ob die Fehler in weiterhin bestehen und dann das Fahrzeug vernünftig tunen. Ja, das wäre auch schon der nächste Punkt, das Entfernen von Fremdsoftware ist mit der App auch möglich beim Motor und beim Getriebe-Steuergerät. Am Getriebe-Steuergerät kommt es jetzt nur darauf an, wenn das irgendwie natürlich verschlüsselt, gebrandet oder sonst irgendwas ist, dass da Lese- oder Kopierschutz drauf ist, dann muss man halt immer schauen, ob das geht. In gewissen Fällen funktioniert es, in gewissen kann es sein, dass natürlich das Schreiben und Lesen von Informationen vom Steuergerät unterbunden ist und das einfach darzustellen. Ja, die weiteren Vorteile sind einfach, du hast einfach eine gute Kundenbindung. D2Bar hat mittlerweile einen sehr, sehr hohen Standard und Namen in der Tuning-Branche bei BMW Diesel und da hat man einfach den Vorteil, wenn man sagt, ja, ich kann da D2Bar-Software anbieten im Zuge von einer Servicearbeit oder von einem AGR-Problem, dann werden ganz, ganz viele den Namen schon kennen und man muss nicht erst irgendwelche Überzeugungsarbeit leisten und da sagen, ja, das ist ein super Programmierer oder da haben wir nie Probleme gehabt. Das erklärt sich bei uns ganz, ganz von alleine und ansonsten kann man immer auf unserem YouTube-Kanal schauen und da sieht man eigentlich, was wir so machen und was wir tun. Ja, bei jedem Tuning des Verfügbares ist auch immer die AGR-Optimierung mit inkludiert, die ist vollkompatibel mit der AGR-Platte und Verschlussplatte für einen Kühler bzw. die Verschlussstopfen für einen Kühler. Und somit kann man zum Beispiel nach dem Rückruf da das Ganze umrüsten und hat dann wirklich da lange, lange Ruhe. Ja, Folgeaufträge ist noch so ein Thema. Kunden, die jetzt Stufe 2 fahren wollen, müssen ja einen Wagner-Ladluftkühler oder was Gleichwertiges verbauen. Da gibt es dann natürlich immer wieder Folgeaufträge, wenn ein Kunde sagt, okay, ich möchte jetzt Stufe 2 haben für das Fahrzeug, dann könnt ihr noch einen Ladluftkühler-Einbau verkaufen und ja, da wird jeder happy sein. Ich sage halt so, das App-Thema ist schon so gemacht, dass das für Leute ist, die selber was machen wollen, aber wir kriegen ja ganz, ganz viele Anfragen, wo sie sagen, ja, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ihr uns das aufspielt oder gibt es irgendwo einen Stützpunkt in meiner Nähe, ich kann nicht so weit fahren oder möchte gar nicht so weit fahren und da seid ihr gefordert, dass ihr eine ordentliche Kommunikation da mit dem Kunden einfach habt, den aufklärt, wie die Dinge sind und was er für sein vernünftiges Tuning braucht und dann ist das eigentlich ganz, ganz einfach. Was noch ein riesen Vorteil ist, wer das vielleicht kennt aus dem Tuning-Segment, wenn man sie irgendwo als Anbieter für Tuning oder für sonst irgendwas da listen möchte vom Händler ABC, spielt jetzt absolut keine Rolle, dann ist man meistens verpflichtet, irgendwelche teuren Flash-Tools oder Geräte da anzuschaffen, die mehrere tausend Euro da kosten und das hat man halt bei uns überhaupt nicht. Du brauchst IOS-Geräte aktuelles und maximal noch einen Wi-Fi-Adapter oder eben ein E-Net-OPD-Kabel und dann geht das Ganze schon los. Registriert euch da auf der Händler-Homepage, schaltet euch da die Lizenzen frei, klickt dann auf Fahrzeug freischalten, sobald das verbunden ist und dann ist schon go. Du könntest das Tuning schon drauf spielen. Ja, Tuning-Ablauf haben wir jetzt da auf der nächsten Karte. Der Kunde findet dich auf unserer Karte, da wird noch eine Karte einpflegt, wo dann die ganzen Stützpunkthändler und dir alle aufgelistet sind. Ihr habt einen ganz normalen Kontakt, der meldet sich bei euch, sagt, ja, eben, habe Interesse an der App, wie schaut es aus, Termin, ihr vergebt einfach ganz normal einen Termin, holt die Lizenz bei uns, spielt es drauf und stellt dem Kunden die Rechnung und das Ganze ist schon erledigt. Schauen wir mal weiter. Doppelseitig bedruckt, hast hier richtig. Ja, ich kann es einfach ganz, ganz schnell wachsen, da ohne irgendwie zehntausende Euro zu investieren für irgendwelche Tools oder sonstige Gerätschaften, um da das Tuning durchzuführen. Das funktioniert wirklich ganz, ganz einfach mit dem privaten oder mit dem Geschäfts-iPhone, iPad, was ihr halt zur Verfügung habt. Natürlich soll es irgendwelche Probleme geben oder ihr Hilfe braucht am Anfang. Um das Ganze da umzusetzen, werden wir euch da natürlich zur Seite stehen, das ist gar kein Problem. Wir haben uns nur überlegt, dass wir für unsere Händler dann natürlich auch gewisse Vorteile geltend machen wollen, wie zum Beispiel Vorverkaufsrecht für Produkte. Zum Beispiel die Ölpumpe immer sehr stark vergriffen, die AGR-Platten immer vergriffen. Das sind alles so Sachen, wir kommen mit dem Produzieren gar nicht so schnell nach, wie das wieder weg ist. Und da werden natürlich gewisse Vorzüge für euch entstehen. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, wir haben sowieso eine Werkstatt, wir haben viel Dieselkundschaft, schick uns mal zwei Pumpen von der nächsten Charge, die kommen. Dann wird man das sicher hinkriegen. Werbung ist auch noch so ein Thema. Wir werden versuchen, vielleicht beim einen oder anderen Händler dann ein kurzes Video dazu zu machen, vielleicht den Händler kurz vorstellen, wer er ist, was er sonst noch macht. Weil jeder von euch hat ja auch ein gewisses Geschäftsfeld schon im Hintergrund. Und ja, so könnt ihr halt da über unsere Marke nochmal ein bisschen eine Reichweite generieren und einfach da euch nochmal ein bisschen im Markt positionieren. Und ja, ich denke, das ist nie verkehrt, weil Werbung kostet in dem Falle nichts, wenn wir das machen. Und das ist ja Zusammenarbeit, da sollen ja beide davon profitieren. Unsere Ziele, ja, ganz, ganz wichtig für uns ist, das ist auch der Grund, warum wir uns so, so lange im Hintergrund gehalten haben mit dem Partnernetzwerk oder mit anderen Firmen oder da noch mit sehr ausgewählten Firmen zusammengearbeitet haben in der Vergangenheit. Das möchte man in der Zukunft ändern, aber nichtsdestotrotz wollen wir an unserem D-Tuber-Standort einfach nichts abgeben. Das soll einfach ganz, ganz vernünftig ablaufen für den Kunden. Die Qualität soll passen und da wollen wir einfach keine Abstriche machen. Ja, also einen kompetenten Partner, der zuverlässig ist, auch bei der Beratung und auch bei der Rechnungsstellung für den Kunden. Das ist für uns auch so ein Thema, dass das wirklich auch alles funktioniert, dass der, wenn der den Hof verlässt, seine Rechnung in der Hand hat, dass das alles passt. Weil am Ende haben da wieder nur wir dann in Ärger, weil wenn das offen und ehrlich kommuniziert wird, dass das über D-Tuber läuft und dann irgendwas nicht passt, im Endeffekt, das kommt wieder zu uns zurück. Wir werden das erfragen, wenn da irgendwas nicht ordentlich läuft und dann wird man als solcher Händler dann die Lizenz wieder entziehen, wenn das nicht funktioniert. Wichtig ist noch ein sauberer Ablauf, ein gutes Auftreten einfach, dass man wirklich ein sauberes Angericht hat, sage ich immer. Ja, dass man vielleicht auch kompetent genug ist, Fehler zu sehen am Auto, wenn jetzt irgendwie die Motorhaube aufmacht, die Ladeluftschläuche schon voll verölt sind. Das dauert genau drei Sekunden, mache ich eigentlich bei jedem Kunden als erstes, das macht die Motorhaube auf, weil ich sowieso ran muss zum Batterieladegerät anstecken. Dann packe ich die Taschenlampe kurz in die Hand und schaue mal kurz links und rechts am Ladelufthkühler und dann sehe ich eigentlich sofort, ist da schon alles ölig. Und es gibt einfach schon mal viel Aufschluss über den Wartungszustand von dem Auto. Sollte irgendwas einmal nicht passen beim Auto, ist nur ganz wichtig, dass man da wirklich saubere Kommunikation hat mit dem Kunden, an was das liegt und was sowas Problem ist und dass man dem Ohrlösung anbieten kann. Weil das gehört einfach dazu bei einem vernünftigen Tuningpartner, dass wenn irgendwo eine Undichtigkeit ist am Ladelufthkühler, dass man dann die Möglichkeit hat und sie auch die Zeit nimmt für den Kunden und sagt, okay, wir heben das Auto mal kurz hoch, schauen einmal nach, ist irgendwo ein Schlauch und dicht. Und man muss ja das dann nicht innerhalb von fünf Minuten reparieren, aber man kann Kunden zumindest eine Lösung anbieten und sagen, ja, okay, bring das Auto her, wir setzen das sauber in Stand und dann funktioniert das auch. Und nur so kann man halt auch langfristig die Kunden binden und eine vernünftige Arbeit ableisten. Ja, DITUPA Standard, das hat sehr eingebürgert mittlerweile, das ist ganz, ganz wichtig für uns, dass der eben erhalten bleibt. Wir haben schon einige Händler, die haben wir da auf der Karte, die haben wir ganz grob verzeichnet. Das wird dann alles noch online gestellt, da könnt ihr mal nachschauen. Und ja, wie man sieht, zieht sich das so durch die Mitte Deutschlands. Und ja, links und rechts können wir uns schon vorstellen, dass wir da noch einige Partner dazu gewinnen können. Und es gibt auch ganz, ganz viele Anfragen aus denen Regionen, die leider dann sehr weite Anreisen haben. Und so kann man das dann halt ein bisschen abpuffern und können halt beide Seiten davon profitieren. Ja, da haben wir noch ein paar kurze Texte drinnen. Die könnt ihr euch dann ja selber nochmal anschauen, durchlesen, was da genau drinnen steht. Und das ist einfach das, was mir, ja, die Philosophie, die wir vertreiben, wie das Ganze ausschaut. Ein kurzer Überblick, wie unsere Firma entstanden ist, was wir da aufbaut haben über die Jahre und ja, wie die ganze Konstellation ist. Und ja, lest euch da ein bisschen ein. Sollt es da noch Fragen geben, könnt ihr euch dann gerne mit mir in Verbindung setzen. Die Kontaktdaten sind unten, die Homepage für das Anmelden von den Händlern werden wir noch einblenden und verlinken. Da könntest du nochmal draufklicken, könnt ihr euch das Ganze einmal anschauen. Und ja, dann hoffe ich, dass ich da oder andere in die nächsten Tage mal melden wird. Dann schauen wir mal, wie das Ganze in dein Konzept passt. Und dann wird man sicher eine Lösung finden, wie man gemeinsam da das Ganze durchstarten kann. Und dann wirst du auch sehen, dass das für dich auch riesige Vorteile hat, das Ganze. Weil es gibt einfach im Alltagsgeschäft von so einer Werkstatt immer wieder Probleme, wo so ein Tuning-Tool oder so eine schnelle Diagnose, die da ganz, ganz schnell zum Ziel führt. Und ja, ich denke, gerade das Thema Fremdsoftware oder schlechtes Tuning ist auch oft so ein Thema. Und da kannst du halt wirklich sehr gut abhelfen, kannst du das Ding Serie machen und dann wird wahrscheinlich oft schon der Fehler behoben sein. Ja, sage ich danke fürs Einschalten und in diesem Sinne Ende Gelände.